Ich finde das echt eine super Idee von Alina, die letzten Tage mit Greta jetzt zu genießen. Aber, ich meine, das endet ja irgendwann. Die müssen irgendwie eine andere Lösung dafür finden. Ja, Fernbeziehung. Ist doch kein Ding. Die beiden lieben sich nur so süß zusammen. Eine Fernbeziehung? Ja. Kennst du Alina? Alina ist die Eifersucht in Person. Ach, und wir haben die auch schon vertragen. Alina, Eifersucht, Kopfschuss. Alles gut. Niemals, klappt nicht.